Einmal kurz schwarzes Bild. Hi Barney. Kann ich gleich weiter reiten? Riecht gut, ne? Kann ich gleich draußen weiter reiten? Echel. 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 Bye bye. Kiesa mit den Füßen, weißt du doch. Keil ist hier, oder? Da hat sie echt Glück gehabt, was den Charakter des Pferdes angeht, ne? Bei Fuß. Ja, komm. Hies. Hahahaha. 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 Ein paar Sporen dran, dann funktioniert das auch da oben. Hahahaha. Ach. Sattel, was. Sattel. Du wolltest, du wolltest den Motor von unserem Auto haben, oder wie war das? Von meinem. Was sind wir jetzt wieder bei mein und dein angekommen, oder was? Von Marks Auto, den Motor wolltest du haben. Ja, und dann bauen wir ihren Motor bei uns ein, und dann können sie uns 200 Euro dafür geben. Und Kiesa wie ist. Na? Zurück. 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 Schneller kannst du nur wenn Tante mit drauf sitzt. Hier halt mal weiter drauf, ich möchte auch mal einrauchen. Vielen Dank.